Der erste Krieg hat mich stärker berührt. Ich war emotional einfach mehr beteiligt, denn ich hatte ihn lange vorher kommen sehen. Ich war ja schon drei oder vier Monate zuvor im Land gewesen und ahnte, dass es zu einem Krieg kommen würde. Ich hatte auch mit Tschetschenen darüber gesprochen. Sie wussten, dass ein Konflikt auf sie zukam und dass sie keine Möglichkeit hatten, ihm auszuweichen. Das hatte etwas von einer Tragödie und diese Stimmung übertrug sich auch auf mich. Ich litt mit ihnen. Außerdem hatte der Widerstand der Tschetschenen in diesem ersten Krieg etwas Heroisches. Der Widerstand gegen etwas, das so viel stärker war als sie selbst. Ihr unbeugsamer Durchhaltewille musste einem einfach imponieren. Sie gewannen diesen Krieg ja nahezu von verlorenen Posten aus. Sie besiegten die Russen, vertrieben sie aus Grozny und brachten sie dazu, das Land zu verlassen.